hallo meine lieben hier habe ich eine wunderschöne duplex wohnung mit vier zimmern und wir haben diese aussicht diese bergsicht und hier sieht man auch dass hier kein feuer war in alanya dazu haben wir diesen herrlichen pool mit rutschbahn doppel rutschbahn und mit hammam sauna indoor pool und jetzt kommt das besondere das wichtigste wir sind in kestel in kestel eine vierzimmerwohnung mit dieser terrasse mit dieser wunderschönen terrasse der wasseranschluss ist da aber steckdose aber wir haben ja noch einen balkon bei der küche da kann man zum beispiel grillen wenn man möchte man darf übrigens keiner darf sich beschweren wenn gegrillt wird solange mit gas oder mit strom gegrillt wird bei kohle darf man kann man sich beschweren und das besondere hier ist davon ist gleich der mikros ein sushi laden der bim und zwei blöcke vorne ist der strand also von hier aus laufen wir gerade mal sieben minuten und wir sind im beach club und da vorne haben wir bananen plantagen das gewächshaus haben sie erst neu gebaut und ich will ja meine stamm zuschauer nicht langweilen aber der hinweis immer wieder dazu man kann zweimal im jahr enden mit gewächshaus bananen oder nur einmal ohne gewächshaus okay und dann davon ist ein avocado plantagen da hier haben wir in diesen in dieser anlage selber haben wir zitronenbäume also gleich hier unten wenn du mit aufzug der einen grünen stempel drauf hat das ist das beste da haben wir gleich einen zitronenbaum das heißt wenn ihr einen cuba libre machen wollt könnt ihr einfach runter euch eine zitrone nehmen und fertig gleichzeitig haben wir auch ein kino und wir haben auch sonnenschutz parkhaus das ist das gehört zu dieser anlage dazu dieser park dieser parkplatz hier okay jetzt schauen wir uns mal die wohnung an die wohnung wird komplett möbliert verkauft mängel haben wir immer bei jedem auch wenn es zwei millionen kostet gibt es immer mängel hier der mängel der mängel der mängel das wäre hier die scheibe ist gebrochen ja und hier haben wir noch folie vom von den neuen türen und fenstern das gute ist wir haben hier klimaanlage klimaanlagen schon dabei und wir haben hier geräte betten aber auch schöne hochwertige sachen schon mit dabei und auch hier oben haben wir so eine kleine küchen wasch abteil und waschmaschine ist auch schon dabei dann haben wir hier noch mal ein schlafzimmer mit zugang zur terrasse und auch sehr schön und hochwertige sachen und wir haben noch ein kinderzimmer mit einem bett und ein schreibtisch dazu und noch ein schrank dazu leute ganz im ernst hier ist der schreibtisch die aussicht ist auch sehr schön da drüben haben wir schon alles verkauft leider gibt es fast nichts mehr und deswegen hört mir jetzt gut zu okay hört mir jetzt gut zu das ist eine ordentliche gute schöne wohnung mit fast keinen mängeln die lampe war draußen gebrochen wir haben fußbodenheizung hier im bad ein sehr schönes bad schon mit handtuchschrank dabei und da wäre der anschluss für einen durchlauferhitzer der falls ihr das kaufen solltet kommt ein ordentlicher durchlauferhitzer herr nicht so einer wie der da sondern ordentlicher okay und fans da mir auch schöne fließen wirklich schöne fließen also drei schlafzimmer hier das ist das ist die kamera knopf ja ja man erkennt da fast nichts aber egal so jetzt kommen wir zum wohnzimmer und zur küche die wohnung ist zwar nicht riesig ja aber die ist perfekt und der preis ist halt super 110.000 euro mit möbel mit klimaanlage mit fernseher mit terrasse das ist die küche von der größe hier perfekt alles ist mit dabei dann die aussicht vom balkon schauen wir uns noch an also esstisch haben wir auch esstisch dann hier haben wir eine balkon bestuhlung aber auch was schönes hochwertiges nicht irgendetwas dazu noch mal die aussicht hier wunderschön so jetzt komme ich zu den wichtigen punkten ja hier ihr seht alles verkauft 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 alles schon verkauft überall leben schon leute und zum vermieten ist es sowieso genial weil ihr habt indoor pool ihr habt outdoor pool hamam und so weiter jetzt kommt das besondere was ich euch sagen möchte leute ich wisst ja ich tue was rein und dann im nachhinein wenn es dann weg ist auch wieso ist das schon weg schade schade das hier ist ein muss wenn ihr euer geld in sicherheit bringen wollt langt hier zu mit möbel in kestel nahe strand voll alles funktioniert aufzug hat grünen aufkleber zeigen gleich ja hier funktioniert doch alles leute und vier zimmer wohnung ja wunderschönes bad es ist wirklich top top und die ist bald weg da bin ich mir sicher die ist bald weg und dann sagt die ach ich hätte gerne so eine wie damals erzähl mir doch nichts Lars und alexandra ja die wohnung von den haben so viele leute angeschaut vorher ja wieso erwähne ich die weil da kann sich ja jeder dann weiß ja jeder wie schön die ist ja und so viele leute haben es dann vorher angeschaut und überlegt und überlegt erst wo die beiden dann die sie weggeschnappt haben gekauft haben weil die haben nicht lange überlegt ja die sehen halt wenn was gut ist und weg war sie ja dann so viel e mails ach wenn sie doch nicht zu lange ja die haben doch zugelangt was willst du machen die ist halt weg schade hättest du noch mal so eine ja im nachhinein ja habt ihr immer im nachhinein die leute haben keine eier mehr die haben keine eier mehr hier hast du eine tolle wohnung was sind die pluspunkte erstens kestel zweitens vier zimmer ja drittens top anlage viertens das ist eine wohnung wo ich das mache übrigens nur ich andere magler habe ich noch nie gehört dass sie das gesagt haben ich unterschreibe das auch diese wohnung wird innerhalb von einem jahr mindestens zehn prozent teurer ja und innerhalb von zwei jahren 20 prozent hundertprozentig ja weil die city ist super wir haben kino wir haben so viel zeug hier ja haben alles was wollt ihr mehr hier haben wir alles nahe zu den bergen nahe zum strand und in kestel ja und ruhig das ist jetzt die klimaanlage ja die macht das geräusch ansonsten halt hinter hinter wasserplanschen und mehr gibt es halt nicht ja top ich wollte euch den aufkleber noch zeigen ja gut den aufzug eine top wohnung eine top anlage ja natürlich könnte das wohnzimmer vielleicht größer sein aber dann ist der preis auch größer ich zeige euch jetzt gleich wohnungen die kosten über 150.000 und haben nur drei zimmer wollte ich gar nicht filmen aber mittlerweile muss ich sonst kann ich nichts mehr filmen die preise sind explodiert ja die leute denken wieso filmst du nicht mehr ja weil jetzt alles teurer geworden ist ja und das die wohnen aus der ganzen welt leute so so und jetzt fahren wir mit aufzug das ist kestel ich will euch den aufkleber zeigen das grün obwohl die anlage schon fünf jahre alt ist knapp und grün habt ihr gesehen grün ok soviel von mir liebe grüße bis zum nächsten video so Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen! Hala, hala, hala... 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 Hala, hala...